Die Winterzeit ist die Zeit der indirekten Beleuchtung, der wunderschönen kleinen Lichteffekte überall in der Wohnung verteilt, die das Ganze erst so richtig romantisch und kuschelig bei Ihnen zu Hause machen. Ja und da fehlt dann doch, weil der Sommer ja jetzt doch was länger war, so das ein oder andere Detail. Die ein oder andere schicke Lampe, die jetzt mit einem schönen gedämmten Licht einfach für eine romantische Atmosphäre sorgt, wo man dann gerne auch mal was enger zusammenrückt. Ja und die möchten wir Ihnen jetzt hier im Gadget des Tages vorstellen, denn da bekommen Sie eine fantastische Design-Dekorationsmöglichkeit und das auch noch zum kleinen Preis. Wir sind ja bei 7,51 Euro, was Ihnen natürlich die Möglichkeit bietet, dort auch gleich mehrfach zuzugreifen, mehrfach diese LED-Tischlampe mit der NX5159 und der 569 in den Warenkorb zu legen und dann wunderschön und vor allem sehr flexibel zu dekorieren. Ganz genau, weil sehr flexibel bedeutet hier in diesem Fall total flexibel, da ist nämlich überhaupt kein Kabel dran, ist batteriebetrieben. Weil aber LED verbraucht das so gut wie nichts, von daher hat man da mit einem Satz Batterien, das sind übrigens drei von diesen kleinen AAA-Batterien, also wirklich lange, lange, lange Freude dran. Das heißt, hier können Sie einfach überall hinstellen, wo Sie so einen kleinen Lichteffekt brauchen und wo Sie sagen, da möchte ich jetzt ein bisschen Stimmung verbreiten. Und egal, ob das jetzt auf dem Wohnzimmertisch zum Beispiel ist, beim Fernsehschauen, dass man zum Beispiel sagt, hier hätte ich jetzt gerne ein bisschen was, dort hätte ich jetzt gerne ein bisschen was. Oder auf dem Nachttisch, auch wunderbar das Ganze. Oder, dass man auch zum Beispiel das als Nachtlicht sogar verwenden kann im Flur, weil da ist nämlich, vielen Dank, auch noch ein Bewegungssensor vorne. Dieser kleine weiße Knubbel da unten, da kann man, jetzt sieht man es, das ist der Bewegungssensor. Das heißt, wenn Sie sowas zum Beispiel im Flur drapieren und dann nachts mal vielleicht in die Küche wollen oder auf die Toilette müssen, dann geht da automatisch das Licht an und das ist ja so ein ganz warmes, weiches, sanftes Licht. Das ist was ganz anderes als die großen, dicken, hellen Deckenleuchten, wo man ja gleich geblendet wird, wenn man dann aus dem Schlafzimmer kommt und vielleicht auch drei Stunden braucht, bis man wieder einschlafen kann. Nein, das ist so was ganz gemütliches, weiches, warmes hier von der Lichttemperatur her und wie gesagt, dann mit dem Bewegungssensor automatisch eingeschaltet für 25 Sekunden im Automatikmodus. Oder Sie können es natürlich auch machen, wie wir hier im Dauermodus und dann einfach irgendwo hinstellen, so zwei, drei würde ich mir da aber schon gönnen, weil so ein einzelnes ist ja dann vielleicht auch ein bisschen einsam. Da würde ich jetzt gleich für 7,51 Euro vor allen Dingen, kann man sich ja auch mehrere leisten, schön so ein bisschen gruppieren mit mehreren vielleicht zusammen. Eine Leuchte kommt selten allein, 7,51 Euro, NX 51, 59 und die 569. Das sieht natürlich jetzt auch mal schön aus auf dem Esszimmertisch, links und rechts, in der Mitte ein schönes Gesteck, auf so einem Tischläufer. Oder auch mal schön auf der Fensterbank zum Beispiel. Da gehen ja dann auch die Passanten am Häuschen vorbei, an der Wohnung vorbei und dann sehen die so ein Licht. Das zeigt ja auch immer, dass da jemand wohnt und ich finde, das ist gerade zur Winterzeit immer was ganz, ganz herrliches, kann man da natürlich auch hervorragend verwenden. Könnte man natürlich auch als kleines Nachttischlämpchen verwenden, auch das überhaupt kein Problem. Was ich ja so schön finde, ist, dass wir jetzt hier in der Trendfarbe Rosé-Gold sind. Rosé-Gold, liebe Zuschauer, wissen Sie, was das normalerweise kostet? 7,51 Euro, fast schon bronzefarben hier angehaut. Passt zu deinen Fingernägeln sehe ich gerade übrigens. NX 51, 59 und die 569. Liebe Zuschauer, wir wissen, was gut ist, Sie und ich. 7,51 Euro, Spitzenpreis, da muss man in die Leitung gehen. Hier nochmal meine Nägel, da sehen wir es jetzt, damit ich auch wirklich Ihnen nochmal verdeutlichen kann, dass diese Farbe hervorragend ist. Danke schön an Jenny an dieser Stelle. NX 51, 59 und die 569, 7,51 Euro. Aber Lutz, was für eine Leuchte ohne Batterie. Sie würde nicht leuchten und deshalb haben wir uns gedacht, Mensch, dann nehmen wir doch ins Gadget des Tages gleich auch noch die AAA-Variante. Hier im XXL-Sparpack für Sie zum Spitzenpreis mit dazu, sodass Sie die Rundum-Vollausstattung haben. Und nochmal betont hier an dieser Stelle, dass Sie jeden Artikel dieser Sendung auch gerne mehrfach in den Warenkorb legen können. Das heißt sowohl die rosé-goldfarbene Tischleuchte für 7,51 Euro als auch die AAA-Variante der dazugehörigen Batterien für 4,66 Euro. Ja, und die sind ohnehin schon immer sehr, sehr günstig bei uns. Jetzt haben wir aber für Sie passend zu unserem Gadget des Tages nochmal den TV-Sonderpreis scharf geschaltet. Nicht allerdings nur für die nächsten zwei Stunden, 4,66 Euro. Deswegen die unbedingt gleich mitbestellen, dürfen Sie natürlich aber auch separat. Auf jeden Fall immer sehr stimmungsvoll.